Die Wedding King Awards. Eine Veranstaltung, die mehr ist als eine Preisverleihung. Es ist Marketing und Reichweitensteigerung über Monate mit einem Showabend als krönenden Abschluss. Und der Awardgewinn ist dann noch das i-Tüpfelchen. Wie kannst du als Dienstleister dabei sein und wie verläuft die Preisverleihung? In der ersten Hälfte des Jahres finden die Wedding King Awards Nord- und Süddeutschland jeweils als Online-Ausgaben statt. Im Herbst folgt dann traditionell der große Galaabend in Köln. Um dort oder in den Online-Shows in deiner Kategorie teilzunehmen, kannst du dich unter www.wedding-king-awards.de bewerben. Außerdem sind die Sieger der jeweiligen Nord- oder Süd-Ausgabe für die Show in Köln qualifiziert. Nach erfolgreicher Bewerbung gibt es für euch drei Varianten, um teilzunehmen. Basis, Gala und Premium. Eines vorweg, egal für welche du dich entscheidest. Deine Chance, den Award in deiner Kategorie mit nach Hause zu nehmen, ist nicht besser oder schlechter, wenn du dich für die eine oder die andere Variante entscheidest. Alle sind bei der Show oder online mit dabei und der Abend verläuft für alle weitestgehend gleich. Jeder präsentiert sich live vor einem großen Publikum mit einem Auftritt oder Interview. Die Unterschiede liegen ausschließlich im Vorfeld und im Nachlauf der Awards. Das ist zum Beispiel der Media-Wert deiner Teilnahme, die Vorstellung bei Social Media oder die Anfertigung eines professionellen Imagefilms über dich und deine Dienstleistung. Wie wird entschieden, wer die Awards gewinnt? Die Abstimmung ist immer zweigeteilt. Eine Online-Abstimmung vor den Awards und eine Live-Abstimmung am Abend der Preisverleihung. Bei der Online-Ausgabe zählt das Online-Voting 70% und das Live-Voting 30%. Umgekehrt für den Gala-Abend. Da zählt das Online-Voting 30% und das Live-Voting 70%. Wer prozentual die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, gewinnt in seiner Kategorie den Wedding King Award. Online sprichst du dann nochmal einzeln mit den Moderatoren und dir wird dein Award zugeschickt. Wenn du in Köln gewinnst, bekommst du ihn sofort auf der großen Bühne verliehen. Bewirb dich jetzt und werde Teil der Wedding King Awards 2022.